Ja, nun stehe ich hier vor dem Gasthof Schorn oder beziehungsweise hinter dem Gasthof Schorn am Untersberg in Österreich. Wir haben hier neue Forschungen unternommen, wir haben neue Recherchen vorgenommen und es wird bestimmt wieder etwas Interessantes dabei herauskommen, das kann ich schon versprechen. Und jetzt aber zum großen Highlight, am 14. November erfahrt ihr vielleicht, was wir herausbekommen haben. Denn am 14. November ist in Weiden in der Oberpfalz der Kongress Mysterien unserer Welt mit Mario Rank, Reinhard Habeck, meinerseits und viele andere. Wir werden euch dort erzählen, was wir alles Neues entdeckt haben. In der letzten Zeit, wir werden unsere neuen Bücher vorstellen, die Referenten werden neue Bücher dabei haben. Es wird bestimmt spannend, es lohnt sich. Kommt am 14. November nach Weiden in die Oberpfalz. Kommt am 14. November nach Weiden in die Oberpfalz. Kommt am 14. November nach Weiden in die Oberpfalz. Kommt am 14. November nach Weiden in die Oberpfalz. Kommt am 14. November nach Weiden in die Oberpfalz. Kommt am 14. November nach Weiden in die Oberpfalz.